Das ist Peter. Peter ist ein Tischler aus der Südsteiermark. Wenn interessierte und potenzielle Kunden aber im Internet nach einem Tischler aus seiner Region suchen, finden sie ihn nicht. Was kann Peter da tun? Am besten holt er sich Rat beim Team von Gutgemacht, dem Mehrkundenservice. Denn dort bietet man genau das, was zählt. Messbar mehr Kunden. 88 Prozent der Internetnutzer in Österreich suchen im Web nach Informationen zu Waren und Dienstleistungen. Eine Werkstatt für das kaputte Auto, einen vertrauenswürdigen Finanzdienstleister oder einen talentierten Friseur. Das alles sucht man mittlerweile im Netz. Das Internet ist auch längst nicht mehr nur eine Plattform für die Jungen. Nein, nahezu jeder zweite 55- bis 74-Jährige surft regelmäßig im Web. Auf Gutgemacht.at finden die Internetnutzer empfohlene Handwerker und Dienstleister in ihrer Nähe. Und das freut Peter. Das Team von Gutgemacht.at hat für ihn ein eigenes Firmenprofil erstellt. Dort finden Interessierte alles Wissenswerte zu seinem Unternehmen, die Bewertungen durch seine Kunden und Informationen über seine Arbeit als Tischler. Das schafft nicht nur Vertrauen, sondern erhöht auch die Chance, in Suchergebnissen besser positioniert zu werden. Die Botschaft, dass Peter ein guter Tischler ist, verbreitet sich nun gezielt bei Suchanfragen aus seiner Region. Das liegt daran, dass die Experten von Gutgemacht dafür sorgen können, dass Peters Unternehmen auch in der Karte und bei den Anzeigen auf Google erscheint. So wird Peters Unternehmen auf Smartphones und am Computer besser gefunden. Wie viele Kunden ihn über Gutgemacht.at gefunden und kontaktiert haben, sieht Peter in seinem persönlichen Kundenbereich, den er rund um die Uhr einsehen kann. Für all das muss der Tischler kein Internet-Experte sein. Denn sein Gutgemacht-Berater kümmert sich um alles und bringt Peter seinen neuen Kunden einen Schritt näher. Peter kann inzwischen das tun, was er am besten kann. Nämlich Tischlern. Gutgemacht.at Ihr Mehrkundenservice. Deutsch.